Es gibt Dinge, die ich von dir brauche, Dinge, die du wahrscheinlich nicht verstehst und nicht durchfinden wirst. Aber bitte, mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Mein Vater Howard hat mir letztes Jahr einen Brief geschickt, der mich in diese Lage überwacht hat, dass so ein kleines Ereignis ein Leben sehr brutal verändert. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie laut es ist, aber ich fange ein neues Spiel an, also ein neues Hauptspiel, Penumbra und Schwarze Pest. Okay, fangen wir doch an. Spiele auf, einfach. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. von meiner eigenen Heroik. Du musst wissen, wie stupend ich war. All diese Dinge. So menschlich, so perfekt. Und trotzdem habe ich noch nicht zu tun, was ich jetzt von dir muss. Ich habe null Ahnung. Das war am Anfang, da weiß ich noch ein bisschen. Aber sonst, ich scheiß mir gleich. Guten Morgen, liebe Sorgen. So ein bisschen lecker. So ein bisschen lecker. So ein bisschen lecker. Ich höre Sachen. Die Sachen, die ich nicht hören würde. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist der Fallgegen von Abdezien. Oh, ich weiß nicht. Tabellata? Annie! Ich werde meine Zelle gefangen halten. Ich muss bald am Leben hier raus weg. Alter, sieh auf! Was? Was ist das? Weil es was kaputt ist. Wieso ist das kaputt? fragt der Lufu zu sich, während ein Monster hinter ihm stand. Hilflich! Warte! Warte! So, jetzt hab ich das in kurz. Das war im Menü. Was ist das? Zwischen Licht und Schatten existiert eine ganze Welt. Diese Welt ist natürlich unsere eigene. Führen Sie sofort! Ein Stück Papier. Eine Bleistufung. Und hier kann ich diese Teile reinmachen und dann drehen. Und jetzt kann ich das wegnehmen. Das weiß ich noch. Und ich schiebe das zu der Sicherheit. Nein, nicht kaputt! Oh, scheiße! Nimm es weg! Nimm es weg! Ich will meine Matratze schnell wegschieben. Alter! Wenn ich niemals das mehr darf. Dann... Dann geh ich hier sofort raus. Ohne mich zu verabschieden. Nein. Falls uns da nachher noch etwas nachkriegt. Ich hasse nicht mehr. Okay. Dann geh ich hier. Das war's. Oh Gott, raus hier! 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 Ja! Nein, jetzt haben wir noch über 200er 1. Ich wusste nicht, wie lange ich bewusstlos gewesen war, aber mein Kopfschmerzen auch immer. Entweder war ich nur kurz ohrmächtig, oder sie hatten mich sehr kräftig geschlagen. Ich wusste nicht, was vor sich ging. Nur plötzlich war es mir auch egal. Ich war bald draußen. Kling. Kling. Oh. Bitte schlag mich nicht, bitte schlag mich nicht, bitte schlag mich nicht, was ist das? What the hell? Was ist das? Was? What the hell? Oh, okay. Das ist einfach. Salvation. Erlösung meine oder die von jemand anderem? Ich hoffe meine.